Musik Was riecht denn hier so? Das riecht total gut! Nee, der Kleiderschrank ist es nicht. Mal schauen. Hat Elfriede gekocht? Oder Tanja? Nee. Das riecht irgendwie sehr vertraut, aber was ist das? Ja. Ich glaube, hier kommt es her. Nein, hier kommt es nicht her. Mal weitergehen. Komisch. Komisch. Ein Fichtenwald auf einer Flasche? Zwerg auf dem Klo. Das riecht ganz schön, als ob... Ja, das riecht ganz genauso. Ja, das riecht ganz genauso. Warum wird denn Hannes so was ins Klo machen? Hm. Komisch. Ja, das riecht gut. Oh, riecht das gut. Da hängt ein Zwerg über Klo. Ja, ich hängt ein Zwerg über Klo. Da hängt ein Zwerg aufm Klo Hannes, ich glaub der Zwerg ist schlecht, komm mal schnell, der hängt hier aufm Klo Ich brauch das, das ist ein Stück Heimat Komm her, jetzt los, lass das Klo los Tando, Tando, Heimat Also jetzt, Mutzel Nein, schick mal Mutzel Mutzel, du kannst nicht überm Klo hängen, wobei du deinen Wald vermisst Ja, wobei soll ich denn wissen, dass das Kloreiniger ist? Ich vermisse nur mal meinen Wald Guck dir doch mal das Sauwetter draußen an Da kriegt man ja Depression Guck mal, wie fest sind wir hier einfach das nächste Mal, wenn das Wetter einigermaßen gut ist? Siehst du leider, du hast ja schon deine Stiefel an Dann zieh ich mir meine Wanderstiefel an, wir gehen einfach in den Wald, hm? Guck mal, da wird das Wetter besser Na siehste Und? Jacke anziehen, einfach aus, ok? Los geht's Bis zum nächsten Mal Jut squat Dat kids Bis zum nächsten Mal Nicht Cuck mal Sprecher Hallo, ich hab Pummi-Spieler. Ich glaub, meine Nase ist verstopft. Du musst noch aufhören, nicht so bewegen, das hört man voll. Ich bin gleich heißer. Das ist mit uns Darsteller, das ist unglaublich. Hier, die Hände sind mir gefesselt. Die Hände sind mir gewunden, ich kann nichts mehr machen. Jetzt, los, los, lass los! Es geht nicht los! Es geht nicht los! Mist!